Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Sweetermost. Wenn ihr mich unterstützen wollt, gebt bitte einen Daumen nach oben und vergesst nicht zu kommentieren. Somit könnt ihr mir momentan am meisten helfen auf YouTube und ja, ich wünsche euch dann viel, viel Spaß bei der neuen Folge. Mann, wo ist denn Natti? Ah, da ist Armin. Sieht aus, als wäre er wütend. Alles in Ordnung, Armin? Nichts ist in Ordnung. Ich soll den dämlichen Bären spielen. Wieso dämlich? Ach, vergiss es. Ich muss versuchen, an etwas anderes zu denken, sonst ist mein Tag im Eimer. Ich kann kaum erwarten, dass dieses blöde Allstück vorbei ist. Die Rolle des Bären gefällt dir nicht? Ich finde auch, dass mein Konzert war lustiger. Lass dir doch von so einem kleinen, ich kann dich den Tag verderben. Konzert war lustiger. Ja, es war echt lustig, obwohl ich dich auf meinen Schlagzeug spielen durfte. Armin, das war kein Schlagzeug, sondern ein Videospiel. Das ist echt ein Superspiel. Ich bin sicher, das hätte allen gefallen. Ich glaube, das Gespräch hatten wir schon mal. Ja, das stimmt. Okay. Ich verstehe überhaupt nicht, warum ihr alle so unzufrieden seid. Es ist doch nur ein Theaterstück. Ja, aber hast du dir die Geschichte mal angesehen, die wir da spielen sollen? Hä? Wir haben darüber abgestimmt. Keiner hat uns dazu gezwungen. Ja, aber mir wäre ein anderes Stück lieber gewesen. Kein Grund, so schlecht gelaunt zu sein. Ich bin doch gar nicht schlecht gelaunt. Lügner. Du hast ja, das ist ja auch gut. Wir spielen das Stück, das du wolltest. Und du hast eine gute Rolle. Du musst keinen Riesenteddy spielen. Komm schon, das wird sicher lustig. Ich sag dir alles, Kälte und Castiel sollen sich anstrengen. Denn wenn die Action-Szene genauso mies wird, wie die der Rest des Stücks, wichsele ich die Schule. Okay, mach das. Viel Spaß dabei. Ich versuche jetzt immer noch Natti. Ah, da sind Emma und Nathaniel. Jetzt sehen sie wirklich aus wie Geschwister. Sie scheinen sich zu streiten. Du bist Schülersprecher, du kannst etwas unternehmen. Natürlich nicht. Ich habe doch nicht die Rollen verteilt. Da habe ich nichts mehr zu tun. Du lügst, ich bin mir sicher. Ich bin Schülersprecher, kein Lehrer. Glaubst du etwa, ich würde meine Rolle nicht auch gern wechseln? Immerhin hast du eine Rolle mit Text. Ich spiele bloß einen Baum. Wenn dir in dem Stück schon ein sprechendes Kaninchen vorkommt, kann es doch auch einen sprechenden Baum geben. Misch dich da nicht ein. Ich rede mit meinem Bruder. Deine Freundinnen suchen dich. Vielleicht solltest du lieber zu ihm gehen. Ich möchte auch mit Natti sprechen. Schon gut, ich gehe. Freundinnen. Ich will sie nicht sehen. Sie haben bessere Rollen bekommen als ich. Aber das ist doch nicht ihre Schuld. Außerdem weißt du nicht mal, welche Rolle die Lehrer dir eigentlich geben wollten. Vielleicht wäre die gar nicht schlecht gewesen. Stimmt. Wenn du nicht darauf bestanden hättest, unbedingt in allen Szenen auf der Bühne zu stehen, hättest du bestimmt etwas anderes als einen Baum gespielt. Du bist selber schuld. Oh, ich sage was. Wenn es wichtig war, sag es mir. Genau, spiel dich ruhig auf. Du glaubst wohl, weil du die Hauptrolle bekommen hast, kannst du dir alles erlauben. Okay, tut mir leid, ich habe etwas übersprungen. Ich bin immer zu schnell. Stell bloß fest, das ist alles. Du bist noch schlimmer als ich. Du kannst mir vorwerfen, was du willst, aber du bist nicht besser. Hey, ich habe dich nicht im Keller eingesperrt, damit du eine schlechte Rolle bekommst. Das hast du ganz allein hinbekommen. Hört auf damit. Übernehmt euch wie kleine Mädchen, die um eine Puppe streiten. Entschuldige, sie hat damit angefangen. Gar nicht. Sie war's. Hey, beruhigt euch. Amber, ich habe dir schon gesagt, dass ich nichts für dich tun kann. Es hat also keinen Sinn, weiter darauf zu bestehen. Entschuldige, sie hat damit angefangen. Ich will zur Direktorin gehen, die kann bestimmt etwas tun. Ich bezweifle, dass sie sich für dein Problem interessiert. Sie ist gegangen, noch bevor es seinen Satz beenden konnte. Was für eine Nervensäge. Ja, kannst du laut sagen. Und, was hältst du von all dem? Von Amber und ihrer Rolle? Ich finde, sie hat bekommen, was sie verdient. Nein, von deiner Rolle meine ich. Bist du hergekommen, dich über mich lustig zu machen? Natürlich nicht. Warum fragst du? Ich soll ein Kaninchen spielen. Ich gebe es nur ungern zu. Aber Castell hat recht. Ich werde mich lächerlich machen. Nein, du wirst sehen, das wird lustig. Für dich bestimmt. Naja, bei so einem Stück könnte man ja auch nichts anderes erwarten. Ich hätte für ein anderes Stück stürmen sollen. Entschuldige mich, aber ich muss zu Rosali... Zu Jens! Ich kenne keine Rosalia. Sie wollte für das Kostüm Maas nehmen. Hat sie deine Maas nicht schon? Sie hätte doch schon für das Konzert etwas genäht. Sie möchte lieber noch einmal neu messen. Du sollst auch zu ihr gehen. Deine Maas braucht sie bestimmt auch. Ist dir klar, dass die Rolle gerade erst verteilt worden und sich schon damit anfängt, alles vorzubereiten? Wenn alles gewissenhaft wären, wie sie, dann hätte ich auch alle gute Noten. Kommen sie es im Bioraum. Ich verhaspel mich in jenem Gespräch gerade. Weil ich soll nur noch was trinken. Oh, was macht ihr beiden denn? Wir wollen zu Jens gehen wegen den Kostümen. Alle beide? Stimmt was nicht, Melody? Nein, überhaupt nicht. Ich wollte auch zu Jens gehen. Kann ich mitkommen? Komm mit. Alles in Ordnung, Nati? Ich verbringe gern Zeit mit dir allein. Aber das ist nicht so schlimm. Wirklich? Ich kann auch Nein sagen. Das wäre nichts besonders nett. Oha. Worüber redet ihr? Nichts, nichts, nichts. Oh, das war so süß. Hat er es gerade echt gesagt? Wie süß. Manny und Nati unterhalten sich. Ich kann es kaum erwarten, deine Eltern zu sehen. Das verstehe ich nicht. Ich habe keine große Lust, dass sie kommen. Wirklich? Dabei ist das die Gelegenheit, ihnen zu zeigen, was für einen talentierten Sohn sie haben. Talentiert hin und her. Sie haben bestimmt irgendetwas auszusetzen. Der Arme. Jens nimmt gerade bei Kim Mars. Hallo Mädels. Seid ihr gekommen, um mich zu retten? Warum? Weil ich die Nase voll davon habe, die Arme in die Luft zu halten. Ich hätte nicht gedacht, dass das mit dem Maßnehmen so lange dauert. Du bist eben viel größer als die anderen Mädchen, Kim. Ich will sicher sein, dass ich mich da nicht vermesse. Oh, dann komme ich später nochmal wieder. Hey, hier geblieben. Was? Warum denn? Du bist doch beschäftigt. Ich kenne dich. Du vergisst später wieder zu kommen. Ich vergesse nie etwas. Oh doch, du vergisst vielleicht nie deinen Unterricht, die Hausaufgaben und solche Sachen. Aber alles, was nichts mit deinen Noten zu tun hat, verschüttelst du. Stimmt doch gar nicht. Er hat seine Hand auf die Türklinge gelegt. Dani, halt davon ab, den Raum zu verlassen. Ähm. Ich wusste nicht, dass du launisch bist jetzt. Das ist keine Laune, sondern ein Befehl. Komm schon, Nati. Lass uns jetzt hier warten. Sie ist bestimmt gleich mit Kim fertig. Das will ich hoffen. Ich hab die Nase voll. Jens hat noch an Kims Teil hier maßgenommen und sie dann wieder in uns gewandt. So, jetzt hab ich alles, was ich brauche. Bist du fertig? Dann kann ich Else gehen. Geh schnell, bevor sie es wieder anders überlegt. Übertreibt. Übertreibt. Das klingt echt so, als würde ich euch foltern. Also, ganz so objektiv ist der Vergleich nicht. Komm, Nati, stell dich hier auf den Tisch. Nati ist doll auf den Tisch geklettert und Jens hat angefangen, Maße zu nehmen. Hey, weißt du was? Wenn du ein Mädchen wärst, dann hättest du die perfekten Model-Maße. Sag dich so einen Quatsch. Kim, Melanie und ich sind gleichzeitig ins Lachen ausgebrochen. Als Jens mit Nati fertig war, fing sie an, meinen Maße zu nehmen. Seht ihr? War doch gar nicht so schlimm. Das haben wir auch nie behauptet. Wir haben nur gesagt, dass du ein Folterknecht bist. Hey, dafür, dass du eben so eilig hattest, bist du aber noch ganz schön lange geblieben. Wenn es die anderen sind, die du mit dem Marsmann entwickelst, finde ich es ganz lustig. Ha, stimmt. Sag mal, an was hast du bei den Kostümen denn so gedacht? Ich werde versuchen, bei den Tierkostümen etwas Einfaches zu machen. Ich möchte nicht, dass die Outfits lächerlich aussehen, sondern süß. Süß? Du spielst ein Kaninchen. Da konntest du auch ein cooles Outfit erwarten. Worauf haben wir uns da bloß eingelassen? Keine Sorge, ich bin sicher, die Hasenohren werden dir super stehen. Oh, das will ich echt sehen. Und ich? Wie soll mein Outfit aussehen? Was ist die nochmal? Die Mutter, glaube ich. Ne, die Oma. Für dich habe ich die perfekte Idee. Aber mehr will ich noch nicht verraten. Nur so viel. Du bekommst eine Brille. Darauf wäre ich auch selbst gekommen. Wir haben uns noch eine Weile unterhalten, bis jemand anders in den Raum gekommen ist, damit Jens seine Masse wieder nehmen konnte. So, das wäre erledigt. Jetzt kann ich nach Hause gehen. Meine Eltern sind bestimmt schon neugierig, welche Rolle ich bekommen habe. Okay, geh nach Hause. Kann ich normal nach Hause gehen? Oh, gehst du nach Hause? Ja, bleibst du noch? Ich glaube, ich wollte noch etwas erledigen, bevor ich nach Hause gehe. Aber ich weiß nicht mehr was. Vielleicht zu Jens gehen? Warum sollte ich zu ihr gehen? Damit sie dann eine Masse für das Kostüm nehmen kann. Aber ich bekomme noch gar kein Kostüm. Ich stehe ja nicht auf der Bühne. Ach ja, du hast recht. Also was könnte es dann sein, was du noch mal erledigen wolltest? Keine Ahnung. Aber dann kann es auch nicht so wichtig sein. Stimmt. Yolo. Bis morgen. Bis morgen. Ich habe vom Flur her einen dumpfen Lärm gehört, aber ich bin nicht zurückgegangen, weil letztes Mal bin ich im Keller eingesperrt worden. Ich habe die Schule verlassen. Schön. Ich mache mir langsam Sorgen. Ich habe Emma nicht weggehen sehen. Vielleicht ist sie noch in der Schule. Ah, sie war eben bei ihrem Bruder. Hey, man mischt sich nicht einfach so in fremde Gespräche ein. Ihr scheint euch sorgend zu machen. Ich wollte nur helfen. Und? Konnte Nathana etwas für sie tun? Nein, das geschieht ihr auch ganz recht. Was meinst du, das geschieht ihr recht? Nach allem, was sie getan hat, musst du sie irgendwann dafür büßen. Das ist eben Karma. Du kannst sie so schlecht. Sie ist wirklich nett. Das bezweifle ich. Wenn du uns Karma glaubst, dürfst du nicht so über sie lustig machen. Warum? Weil das sonst irgendwann auf dich zurückfällt. Starts erreicht. Soll ich jetzt wirklich nach Hause? Mein Zimmer. Ich bin in mein Zimmer gegangen. Meine Mutter war gerade dabei, meine Klamotten zu sortieren. Du kommst heute aber spät nach Hause. Gab es Probleme? Nein, ist das alles in Ordnung? Ich habe eine Rolle bekommen. Wir werden Rotkäppchen aufführen. Ihr spielt Rotkäppchen? Ach, meinst du, das sollte eine Überraschung sein? Nein, das glaube ich nicht. Das Stück ist ein bisschen kindisch. Aber wir werden bestimmt Spaß haben. Hey! Ja, es wird sicher lustig. Und ich habe die Hauptrolle bekommen. Wirklich toll, mein Schatz. Dann muss ich mal nachsehen, woraus wir dir ein Kostüm machen können. Hä? Nein, nein. Eine Mitschülerin kümmert sich um die Kostüme. Ach ja? Warum denn? Als wir in das Schultheater gespielt haben, haben wir uns immer unsere Eltern in die Kostüme genäht. Ich bin nicht mehr in der Grundschule, Mama. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hatte auch dir bestimmt ein niedriges Rotkäppchen gemacht. Dann hätte ich tolle Fotos machen können. Kannst du doch auch so. Aber übertreib es nicht, ja? Mach dich auf ein blitzelig Gewitter gefasst. Immerhin hast du die Hauptrolle. Da kann ich dich während der gesamten Vorstelle verewigen. Komisch. Jetzt bekomme ich langsam Bauchschmerzen meiner Sache. Auch mein Vater hat sich für mich gefreut, obwohl ich in die Wahl des Stücks ein bisschen überrascht habe. Am nächsten Morgen bin ich wieder in die Schule gegangen. Gut. Kim scheint sich zu bemühen, ein Lachen zu unterdrücken. Was ist denn los? Hast du Hämmer gesehen? Moment, reden echt alle von ihr. Nein, ich habe sie nicht gesehen. Warum? Iris hat gestern Abend eine Dummheit gemacht und Hämmer hat es abbekommen. Was ist denn passiert? Sie und Viola haben Farbe aus dem Kunstraum geholt, um mit dem Bühnenbild anzufangen. Aber Iris hat zwei Farben an meinen Tramp-Maus stehen lassen. Hämmer hat sie nicht gesehen, ist hingefallen. Oh, lass mich raten. Die Hämmer sind aufgegangen? Ja. Sie hat die Farbe bis jetzt noch aus den Haaren rausbekommen. Oh je, die Hämmer. Hämmer, das ist nicht lustig. Wir dürfen nicht lachen. Hey, wenn ich mich lächerlich mache, lachen wir schließlich auch drüber. Ich will sie sehen. Anbo. Wo ist Anbo? Keine Sorge, Iris. Die Direktorin hat nicht vor, dich nachsitzen zu lassen. Nathanael redet gerade mit Iris. Es tut mir so leid. Ich wusste, dass ich irgendwas vergessen habe. Ich bin ein bisschen entfernt stehen geblieben, um sie nicht zu stören. Es war nur ein Unfall. Und wenn es dich beruhigt, habe ich dank dir gestern Abend so sehr gelacht, wie schon lange nicht mehr. Uff, dann ist ja gut. Ich bin wirklich neugierig, wie Emma wohl aussieht. Emma. Ist sie im Klassenraum vielleicht? Nee. Wo ist denn sie? Emma. 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 Steht ja aber. Sieht gut aus. Komm schon, lach ruhig. Ich weiß, dass du es kaum noch zurückhalten kannst. Das steht ja gut. Klar, sicher. Lach, solange du noch kannst. Denn heute Abend gehe ich zum Friseur. Danach ist diese Geschichte vergessen. Das bezweifle ich. Warum bist du nicht gleich hingegangen? Meine Mutter hat Beziehungen. Sie hat einen Termin bei einem super Friseur besorgt. Da kann man nicht hingehen, wenn man möchte. Dass ich heute noch hingehen kann, ist schon toll. Ach ja, und was macht deine Mutter so, dass sie solche Beziehungen hat? Etwas, was einen wie du niemals sein wird. Ich weiß nicht, ob ich mir deswegen Sorgen mache oder eher beruhigt sein sollte. Gehst du in die Tornhalle, Dani? Was? Warum? Wir sollen doch mit Mr. Friseur ein Stück besprechen. Erinnerst du dich? Oh Mist, wegen Emma habe ich das komplett vergessen. Die arme Emma. Arm? Ich dachte, du magst sie nicht. Das war ja rundig gemeint. Ich habe sehr gelacht. Komm, das dürfen wir nicht verpassen. Ja, ich bin gespannt, was wir aus der Geschichte machen. Die Lehrer sind Mr. Boris und Mr. Frise. Ja, stimmt. Das wird bestimmt lustig. So wie ich unsere Kasse kenne, wird das ein großes Durcheinander. Nein, die Lehrer werden schon darauf achten, dass wir keinen Quatsch machen. Näh, ja. Bestimmt. Fast alle waren in der Tornhalle. Manche unterhielten sich. Andere kritisierten in ihren Heften herum. Kenton ist direkt zu Armin und Alexi gegangen. Zu Kim, Viola und Peggy gehen. Zu Lysander und Castell. Zu Armin, Kenton und Alexi. Was habt ihr beiden denn gemacht? Wer? Du und Kenton, ihr seid jetzt zusammengekommen. Ist das ein Verhör? Warum interessiert dich das? Oh so. Ich habe bloß gefragt, darf man das nicht? Nein. Du fragst zu viel. Darf ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Mr. Frise ist aufgetaucht und hat uns ein paar Blätter ausgeteilt. Hier habt ihr eine Zusammenfassung des Theaterstücks. Wenn ihr möchtet, können wir bestimmt Dialoge noch ändern. Ihr müsst uns einfach nur Bescheid sagen. Melody, könntest du den Text bitte laut vorlesen? Ja, natürlich. Melody hat angefangen vorzulesen. Sie hat angefangen, die Geschichte von den kleinen Mädchen vorzulesen, das seine Großmutter besucht, bevor die Anna begann, über Dialoge zu diskutieren. Mir gefällt die Art nicht besonders, wie die Frau am Waldrand mit Rotkäppchen spricht. Und warum nicht? Sie ist doch nett. Genau, ich kann nicht nett sein, so lange das Rotkäppchen spielt. Wir müssen die Rollen tauschen. Willst du mich verarschen? Das könnte lustig sein, blablabla, schon wieder zu überspringen. Ähm. Hallo, warum machst du so ein Gesicht? Ja, und ich antworte, hey, ein bisschen mehr Respekt, junge Frau. Finde ich wirklich, dass solche Szenen in ein Theaterstück passen? Oh, also, äh, mich würde das nicht stören. Wäre doch lustig. Was meinst du, Dani? Wenn du willst, ich habe nichts dagegen. Ich habe hier was übersprungen. Ich auch nicht. Und die anderen? Wenn ihr unbedingt wollt. Alle haben das Gleiche geantwortet. Gut, dann schreibt es euch alle auf, damit alle den gleichen Text haben. Ich darf mich nicht versprechen. Kann ich weiterlesen? Ja, bitte. Sie hat weitergelesen. Pff, das Kaninchen hat überhaupt keinen Text. Das ist wirklich albern. Bevor sie wieder unterbrochen wurde. Na und? Ich finde, das passt gut zu dir. Hey, das Kaninchen soll vor dem Wolf waren. Lach ruhig. Bis jetzt hat der Wolf ja noch nichts gesagt. Du wirst sehen, dir geht es nicht besser. Vielleicht aber immerhin bin ich kein Kaninchen. Klar, dass ich mehr Texte habe. Ich habe das Gefühl, wieder am Tag der Rollenverteilung zu sein. Können wir nicht wenigstens einen kurzen Text da hinzufügen? Einen hinzufügen? Da, wo er Rotkäppchen warnt, sich vor dem Wolf in 18 nehmen. Wenn du willst, was könnte er sagen? Also anstatt zu sagen, liebes kleines Rotkäppchen, pass auf. Lissander sagt, dass du das aufgenommen hast. Er hat eine Hand auf Lissanders Schulter gelegt und auf Nati gezeigt. Mist, das war so schön. Nati hat sich einfach ignoriert. Hat sie einfach ignoriert. Ich könnte jetzt Kaninchen noch sagen, pass auf dich auf. Hier in der Gegend schleicht so ein dämlicher Wolf herum. Finde ich gut. Ich gebe dir gleich dämlich. Marcel, sind ihr davon? Ich bin damit einverstanden. Könntest du nicht ausnahmsweise mal auf meiner Seite sein? Hey, ich verteidige dich doch oft. Ist doch nicht meine Schuld, wenn Nati recht hat. Ich verteidige dich doch oft. Nicht oft genug. Ich bitte euch, könntet ihr, ihr könnt gerne darüber diskutieren, aber bitte ruhig. Tut mir leid. Wenn wir dämlich aus dem Satz streichen, wäre es schon besser. Eine weise Entscheidung. Gut, dann sage ich also nur, pass auf, es gibt einen Wolf, der im Wald herum herstreut. Und ich antworte, ach ja, danke, dass du mich gewarnt hast. Ach ja, ich mag Wölfe gern. Ach ja, und Wölfe sind böse? Das erklärt ihr das Kaninchen gleich danach. Hey, mach aber bitte keine kompletten Bio-Kurse draus, ja? Nein, das geht ganz schnell. Wenn alle damit einverstanden sind. Seht ihr, das war gar nicht so kompliziert. Melody, kannst du weiterlesen? Melody hat vorgelesen, wie der Wolf sich als Großmutter verkleidet. Warum lachst du? Also, ähm, Melody hat doch gerade vorgelesen, wie sich der Wolf als Großmutter verkleidet. Stimmt, das wird so lustig. Hä, wovon redet ihr? Hab ich irgendwas verpasst? Ja, also, der Wolf schließt sich Castiel. Das heißt, Castiel muss die Sachen der Großmutter anziehen. Nicht lachen. Nicht lachen. Ich weiß nicht, was daran so lustig ist. Mist, jetzt stelle ich mir gerade so. Castiel, oh Gott. Oh, das ist geil. Hör bloß auf zu lachen. Ich, ich kann nicht, ich kann echt nicht. Das hätte ich gerade vergessen. Ich glaube, was das Lächer nicht machen mit drin steht, steht es einfach unentschieden. Nein, Jens wird mir ein normales Kostüm nähen. Natürlich, warum hätte ich mir sonst die Mühe gemacht, so gründlich Maß zu nehmen? Ich würde den Dialog an der Stelle jedenfalls gerne etwas abändern. Warum ist dir, damit kann ich dich besser fressen, kann zu brutal? Mich stört eher der Text des Rotkäppiers. Sie können stattdessen sagen, was hast du für große Zähne, was hast du für einen schlechten Atem, was hast du für ein schönes Kleid, Finger in die Wunde legen oder schlechten Atem. Schlechten Atem. Soll das lustig sein? Also, ich bin sicher, dass meine Eltern drüber lachen würden. Meine nicht. Meine auch nicht. Ihr habt dieselben. Wenn mich nicht alles täuscht, habt ihr auch die gleichen Eltern. Also übernehmen wir das nicht. Ich finde das lustig. Ich denke, wir könnten es übernehmen. Aber was wollte Wolf darauf antworten? Ich habe da so eine Idee. Und die wäre? Das müsste am Tag der Aufführung sein. Das ist schließlich mein Text. Den musst du nicht unbedingt kennen. Was sagt der bloß wieder aus? Mandy hat weitergelesen und dieses Mal hat sie niemand unterbrochen. Die ganze Klasse war mit den Texten im Dialog einverstanden. Super. Danke euch allen. Ihr habt alle Änderungen notiert, die wir besprochen haben. Nicht, dass ihr euch am Tag der Aufführung vertut. Ja, alle haben genickt. Jetzt haben alle ihren Text bis zum Beginn der Proben lernen müssen. Supi. Suche Jens. Ne, das machen wir bei der nächsten Folge. Also heute, vielen Dank fürs Zusehen bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, gebt doch bitte ein Like und lasst einen Kommentar da und teilt es an eure Freunde, Verwandte. Nein, auf jeden Fall liken nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.